So, einen schönen guten Nachmittag. Sarah Schafai, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Schön hast du heute Zeit mit uns über das Thema Eltern-Kinder-Entfremdung PAS zu sprechen. Du hast ja wirklich sehr, sehr viel erlebt. Ja, vielleicht kannst du ganz kurz deine Geschichte erzählen und dann auch natürlich eben, was du machst heute und ja, wie das alles so in deinem Leben ausschaut. Das wäre cool. Okay, hallo Sonja. Hallo. Also, ich versuche jetzt auf Hochdeutsch. Ja, gerne. Also, ich bin ein bisschen über 40. Ich habe einen Sohn, der heisst Dirk, der ist am 7.12.2018 von der KESP Zürich und soziale Dienstmitarbeiter aus der Schule abgeholt worden. Der wurde neun Tage in irgendeinem Kriseninterventionszentrum für Kinder und Jugendliche eingesperrt und ja, lustig ist es nicht, aber ich sage so eingesperrt, weil ja, für mich sind das wie so Kindergefängnisse. Also, völlig gegen seinen Willen und meinen Willen wurde er da neun Tage festgehalten und danach hatte er die Wahl, entweder es hieß, du bleibst im Heim oder du gehst zu deinem Vater nach Frankreich wohnen und er wollte gern zu mir zurück, aber das war keine Option, weil es hat geheissen, deine Mutter ist quasi so frank, ihr geht es nicht gut und so Wahnverstellungen. Also, und worauf haben die sich basiert, um so ein Urteil zu fällen? Ja, das würde mich auch interessieren. Ah, okay. Also, einfach... Keine Ahnung, mein Hausarzt hat das auch sehr verwundert, also, die haben da irgendwas erfunden, einfach ohne Grundlage, so. Ja, ja. Ja, und dann hat der Derrick natürlich, meine, was macht ein Kind in so einer Situation, oder? Er sagt zwar schon, ich möchte zurück zur Mami, aber wenn ich das nicht kann, dann gehe ich halt zum Vater, immer noch besser als... Ja, als da bleiben, ja, klar. Genau, und ja, seither habe ich ihn zweimal kurz gesehen und er lebt jetzt in Frankreich und wird jetzt entfremdet von mir. Und ja, aktuell habe ich jetzt gar keinen Kontakt mehr. Also, du hast... Also, man hat deinen Sohn einfach aus dem Leben gerissen, aus der Schule abgeholt. Also, hat der Vater, oder was spielt der Vater, der leibliche Vater, dafür eine Rolle? Nur zum Verständnis so. Also, ich weiss es nicht genau, weil ich habe jetzt monatelang versucht, mal diese Akten zu bekommen. Ja. Und habe die bis heute nicht bekommen. Das Einzige, was ich bekommen habe, ist ein Aktenregister durch eine Anwältin. Hat mich 500 Franken gekostet, schon nur um dieses Aktenregister zu kommen. Und anhand von diesem Aktenregister konnte ich rauslesen, dass es wohl im Oktober 2018 eine anonyme Gefährdungsmeldung gegeben hat von einem Nachbarn. Wegen einem Zettel im Lift, den ich im Juni aufgehängt hatte bei uns, wo ich vorher gewohnt habe, in der Genossenschaft, habe ich den im Lift aufgehängt. Da ging es um meinen kaputten Laptop. Und was noch dabei war, war, ich hatte die Nachbarn eingeladen zu einem Kaffee, um über gewisse Dinge zu diskutieren, so allgemeine Themen. Und ja, halt die eingeladen, mal zu einem Kaffee zu kommen am Sonntag. Das wurde der Kesp gemeldet, dieser Zettel im Lift. Und da habe ich noch was Drittes. Ah ja, ein Flyer von mir. Ein Flyer, den ich so generell so ein bisschen verteilt habe. Das wurde so zusammengepackt. Also vom Juni wurde das im Oktober dann erst der Kesp geschickt. Und daraus hat man dann so eine Gefährdungsmeldung fabriziert. Und es ist nie jemand von der Kesp bei dir aufgetaucht und hat gesagt, liebe Frau Schafai, wenn Sie jetzt nicht, was weiß ich, sich ändern mit Ihrem Sohn, dann nehmen wir dieses Kind weg. Nein, also was es gab, also muss ich kurz auch noch die Vorgeschichte erzählen. Der Degg war in der Schule und hatte da ein bisschen, ja, ein bisschen, er war ein bisschen Faulpunkte, Schulhausaufgaben und so. Und dann hatte man ihn da auf der Schulinsel und dann gab es Gespräche mit Lehrern und diesem Schulsozialarbeiter von der Schule. Und der hat dann gefunden, es wäre doch gut, weil ich es ja so streng habe. Und auch, ich hatte da mal eine Erschöpfung. Ich war 80 Prozent berufstätig, habe mich eben im Kinderschutz eingesetzt, war im Elternrat und so. Und dann hat man dann versucht, so irgendwie über die Tour, man könnte ja, um mich zu entlasten, den Degg so ein Heim tun von Montag bis Freitag und am Wochenende wäre er zu Hause. Und ich war da total überrumpelt. Und das war dann so, dass der Degg dann gefunden hat, ja, wenn es dann so ist, dann möchte er jetzt bei seinem Vater wohnen und auf gar keinen Fall in dieses Heim. Und dann haben wir eben, also der Degg hat vor 13 Jahren bei mir gewohnt, da haben wir das umgedreht, dass er bei seinem Vater in die Schule geht. Und das war dann so, dass mein Sohn dann ein paar Monate da war und dann in Sommerferien beim 2018 ab Juli, nicht Juni. Und dann erst Juli wieder bei mir war. Und er hat dann gesagt, er möchte lieber nicht zurück zum Papa, sondern wieder bei mir wohnen. Und dann habe ich dann zuerst, war ich so am Überlegen, soll ich ihn überhaupt wieder in die Schule anmelden oder gibt es irgendwie andere Möglichkeiten, weil ich halt weiß, wie dieses System funktioniert. Aber ich habe mich dann eben auch, andere Eltern haben gesagt, ja, du verbaust ihm sonst die Zukunft, nimm diese Chance nicht. Und dann habe ich ihn halt in diese Schule angemeldet, die ist ums Eck und habe da einfach gesagt, weil der gleiche Schulsozialarbeiter wie von der anderen Schule ist auch dort und habe da einfach gesagt, ich möchte mit dem eigentlich keine Gespräche mehr und keinen Kontakt mehr, weil, ja, der hat versucht, meinen Sohn ins Heim zu stecken, oder? Ja, ja. Und, ja, dann ging es dann irgendwie ein paar Wochen und dann kam da plötzlich ein SMS von diesem Schulsozialarbeiter und er meinte dann, ja, wie es geht und er möchte mal vorbeikommen und ich habe mir so gedacht, nee, also der kommt mir nicht mehr ins Haus und habe einfach nur zurückgeschrieben, lieber Herr So-und-So, ich wünsche keine Gespräche und ich gebe auch keine Zustimmung mehr zu irgendwelchen so komischen Gesprächen, wo nachher irgendwelche komischen Rapporte geschrieben werden, um da meinen Sohn zu platzieren. Und, ja, und dann habe ich, dann war es ein bisschen eine komische Zeit, weil der Dirk hatte oft irgendwie das Gefühl, er wird da beschattet oder verfolgt mit einem Auto und er hatte zeitweise richtig Schiss, da in die Schule zu gehen und ich habe ihn dann begleitet, habe ihn gebracht und er abgeholt und wo sich das dann so ein bisschen beruhigt hat, ist er dann auch wieder alleine gegangen. Aber, ja, es war eine komische Zeit und dann war es so, dass ich einen Anruf bekommen habe und da war ich gerade mit einer Freundin unterwegs nach Österreich mit dem Auto und da kam ein Anruf von dieser Kesb und dann meinte die so, ja, eben, ich müsste vorbeikommen und ich habe dann so, ich so, ja, für was, um was geht es, ja, das können sie nicht sagen. Und ich so, ja, ich habe keine Zeit für irgendwie, wenn man mir nicht sagt, um was es geht. Also, ja, und dann kam, das war, kam dann irgendwie kurz danach, das war irgendwann am 7. am Morgen, der Dirk ist in die Schule, hat den Schlüssel zu Hause liegen gelassen, habe ich dann gesehen und, ja, ich bin dann irgendwann an meinem Computer in die E-Mail rein und dann habe ich eben gesehen, dass dann eine E-Mail gekommen ist von einer Kesb-Mitarbeiterin, sie müssen mir leider mitteilen, dass der Dirk nicht wie klar zum Mittagessen nach Hause kommt. Das war es. Und dann war mein Sohn weg. Das ist unglaublich. Ja, also. Es ist kriminell, es ist wirklich kriminell. Ja, vor allem, ich meine, ja, es gibt bestimmt Fälle, wo man Kinder wegnehmen muss und beschützen muss, ja. Also, das gibt es auch leider, ja. Aber da, also, ich, ich, das ist einfach nur... Ja, also, der Dirk hatte ein eigenes Zimmer und ein eigenes Badezimmer. Wir haben da sehr schöne Wohnungen gehabt, zwei Katzen und so, haben uns da eigentlich sehr wohl gefühlt. Und das war einfach ein Überfallkommando an dem Tag mit Polizei und allem. Und das war ja dann eben auch so, dass man nicht nur den Dirk geholt hat, sondern eben auch versucht hat, mich dann noch mit einzupacken. Und irgendwie, wahrscheinlich wollte man mich in die Psychiatrie verfrachten. Das war so der Plan. Das ging dann nicht, weil ich an dem Tag, also, wo diese E-Mail kam, dass der Dirk nicht nach Hause kam, da habe ich eine Freundin von mir angerufen, die wohnt ums Eck und ging zu ihr. Wir haben dann einen Schulleiter angerufen, der war aber nicht vor Ort, was denn da los ist, und der war auch ganz entsetzt, was da abgegangen ist. Und wusste halt auch nicht mehr, oder? Und dann habe ich einen Bekannten angerufen, damit der mit mir am Nachmittag mal guckt, ob wir mit dieser Kässe schauen können, wo der Dirk ist. Und dann bin ich dann, meine Freundin musste ihre Kinder dann auch in die Kindergarten, Schule bringen. Und dann bin ich da ins Café, habe ich mich da gesetzt, da zwischen unseren beiden Wohnungen. Und dann hat es da Polizisten, die haben da Kaffee getrunken. Und ich bin mit denen so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ich habe halt einfach gefragt, ob das einfach so normal ist, dass da einfach ein E-Mail geschickt wird und dann Kind einfach so geholt wird. Und die haben das dann auch komisch gefunden. Ich weiss nicht mehr genau, ich glaube, der eine Polizist, die Polizistin hat gesagt, für sie wäre das auch immer so ein bisschen komisch und nicht transparent, was diese Kässe da macht. Auf jeden Fall, ein paar Minuten später ging dann die Tür auf im Café und dann kamen da so Polizisten in so Vollmontur mit, ich weiss nicht, was allem. Und die kamen dann auf den Tisch zugestürmt und der eine hat mich gleich angesprochen und wusste wohl meinen Namen und alles Mögliche. Und dann hiess es, ich müsse jetzt mitkommen in meine Wohnung. Und da war mir dann wirklich nicht mehr wohl. Also ich bin hier umzimmelt von Polizei, völlig alleine als Frau, auch in schwächeren Positionen. Ja, natürlich. Und dann habe ich halt meinen Bekannten angerufen und habe gesagt, du, jetzt musst du sofort kommen. Komm. Ich bin hier umzimmelt von Polizei, bitte komm. Und dann ist ja dieser eine Polizist total nervös geworden. Er hatte da so einen Plastik, wie sagt man so. Ja, so ein Kopfhörer, also so ein Funk. Funkding, oder? Ja, so ein Funk. Er hat da irgendwie gesprochen, reingesprochen, hat er da wahrscheinlich irgendwelche Anweisungen bekommen. Ich habe das nicht gehört, dass da gesprochen wurde. Und dann kam dann mein Bekannter, der durfte dann aber nicht mit mir reden und ich nicht mit ihm. Ich musste dann irgendwo anders warten. Und ja, es war sehr eine aggressive Stimmung auch so. Ja, ja, klar, das ist ja dann die Art. Ich saß dann da aber auf der Bank von meiner Wohnung und habe dann angefangen zu heulen. Und ich so, das ist doch nicht richtig. Und die Polizistin, die eine vom Café, die fand das auch. Also sie hatte auch den Kopf geschüttelt. Die hatte wie so die ganze Zeit so ein Tragezeichen. So ein Tragezeichen, ja. Was läuft hier ab? Ja, und dann kamen die dann irgendwann. Und dann hieß es eben, ich müsse jetzt Koffer packen vom Deck und Fotos und ein paar Sachen von ihm. Und dann hatte ich zuerst noch irgendwie total den Stress, mit denen da hoch in meine Wohnung zu gehen. Und ich dachte, was machen die dann damit, wenn ich allein mit denen in meine Wohnung gehe? Aber die waren eigentlich ganz nett. Die haben gesagt, sie warten vor der Tür. Und ich bin da heulend hochgegangen, habe dann die Sachen zusammengepackt, habe dann immer wieder gesagt, das ist einfach nicht richtig. Also muss ich fast wieder heulen, wenn ich dann weggehe. Ja, ich merke es, ja. Und habe dann halt die Sachen gepackt vom Derrick. Und ja, dann habe ich so ein Kuvert, so ein Kuvert in die Hand gedrückt bekommen. So, mit so einem Zettel ist dann irgendwie für die Mutter. Da, Verfügung für die Mutter, Kuvert. Die haben die Sachen genommen und weg waren sie. Und das war ein Dreitag. Und nachher ist ja sowieso alles zu. Und ja, abgefahren, Kind weg. Und ich hatte keine Ahnung, wo mein Sohn ist. Weißt du, was mich bei diesen, also da gibt es jetzt ganz viele Punkte, die mich erschüttern und immer, also die mich zutiefst erschüttern, wie du das jetzt auch geschildert hast. Eben, also und wir in der Schweiz. Ich weiss nicht, du bist 40, ich bin 53. Ich kann mich erinnern, zu uns kam die Polizei in die Schule. Ja, und das war, da war dieser Slogan, die Polizei, dein Freund und Helfer. Ja, also man wollte, dass wir glauben, dass uns die Polizei wirklich beschützt. Ja, und was mich da auch immer wieder, also wenn du zum Beispiel jemand wärst, der ein Urteil hätte für das Besuchsrecht, und das wird ja sehr oft beim PAS nie eingehalten, ja, dann kommen sie nicht, dann kommen sie nicht, weil dann sagen sie nämlich, ja, aber also wir können nicht ein Kind einfach da jetzt zum Haus herausholen. Wenn der Ex-Partner das Kind nicht geben will, dann können wir leider nichts tun. Aber solche Aktionen, ja, also wo dann die Kast quasi die Polizei missbraucht, also das ist an sich schon missbraucht. Eine Polizei dürfte sowas gar nicht ausführen. Es gibt ja nicht mal ein Urteil. Nein, nein, und das ist alles, also wenn man sich das anguckt, ich verdecke jetzt kurz den Namen, sonst kriege ich wieder Ärger, das ist alles dieses Zeug mit Gummistempel, das ist weder amtliches Papier, das ist fake, das ist Betrug, das ist alles legaler Betrug. Also wenn ich mir hier so ein Schweizer Papier angucke, das amtlich ist, dann hat das hier quasi die Seifen. Ja, genau, genau. Ja, vor jedem Stempel, da kann man drüber fahren, und es hat auch so Wasserzeichen. Das ist ein amtliches Dokument. Das hier von dieser Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, das ist Betrug, das ist fake, das ist nichts wert, das ist nicht amtlich, nicht gültig, nichts, da steht einfach irgendein Quatsch drin. Also ich habe das dann, wo ich das bekommen habe, ich habe das zehnfach kopiert und habe das überall rumgegeben, damit die Leute auch mal sehen, was da für ein Quatsch drin steht. Verdeckte Platzierung der Kinder, also ich habe nur eins, also ich habe nicht mehrere Kinder, also das ist da irgendein echt Copy-Paste, was irgendwie zusammengepünstet ist. Einfach irgendeinen Standardtext oder so. Und was ich ja bei dir, also das an sich ist ja schon mal wirklich sehr, sehr schlimm. Ja, aber was ja noch schlimmer ist, ist, dass man dann das Kind ins Ausland bringt. Ja, und du als Mutter, also ich meine, du bist ja jetzt nicht, wie soll ich sagen, jemand, der sein Kind missbraucht hat und geschlagen hat und verhungern lassen hat und das gibt es ja alles auch, ja, aber du hast ja nicht mal irgendein Besuchsrecht erhalten oder, also. Ich wurde dann erpresst, erpresst haben die mich dann. Also der Vater von der ich, der war wohl, der wusste wohl, wo er ist. Also es ist eben schwierig, weil der redet nicht mit mir, der gibt nicht, also in so einem Fall wäre es ja ideal, die Eltern arbeiten zusammen und dann kann der Verkehrsbau auch nicht viel machen, aber der hat halt irgendwie, der war beleidigt, weil der Dirk da in den Sommerferien bei mir war und nicht zurück nach Frankreich wollte. Ich habe ihm gesagt, mach mal eine Pro- und Kontra-Liste, was ist gut in Zürich, was ist gut in Frankreich und diese Zürich-Liste war länger und ja, weil es halt Schwimmbad ums Eck hat und alles Mögliche. Ja, und er hat ja wohl auch die meiste Zeit. Und er hat ja wohl auch die meiste Zeit kommen wollen, wir reden darüber und so. Nein, nein, der Dirk ist alt, der Mutter will bei dir wohnen und das wird so in Ordnung. Und ich glaube, der war da einfach total in seinen Gefühlen verletzt oder schon eine naturische Verletzung, dass er da irgendwie sich rächen wollte oder irgend sowas. Keine Ahnung. Eben, was er genau da alles, also ich habe einmal gesehen, dass er irgendwas erzählt hat von wegen uns in einer politischen Sekte, also er hat gar nichts in Politik gemacht. Ja, und wenn schon. Und wenn schon, ja. Also ich meine, da ist ja, also da könnte man ja auch sagen, was weiß ich, jeder Politiker ist an sich in einer politischen Sekte, oder? Also Entschuldigung, was soll der Blödsinn? Das ist ja völlig, das sind ja... An den Haaren habe ich gezogen, ja. Also ich glaube, da diese Aktion von diesem 7. Dezember 2018 hätte anders, weil es war ja schon ein Glück, dass ich dieses Mail gerade gesehen habe. Ja. Und ich habe einen guten Bekannten aus England angerufen, er hat gesagt, Sarah, pack deine Sachen zusammen aus dem Haus raus, die kommen dich jetzt holen, die kommen dich jetzt auch noch holen. Und da bin ich dann so, versuch nicht in Panik zu kommen. Ja, klar. Das macht auch Angst. Also ich glaube, diese Polizisten, die waren da bei mir beim Haus und der Auftrag war, mich allein zu Hause zu erwischen und dann kann man ja irgendwas behaupten. Die ist ausgetickt. Die wollte sich umbringen oder irgendwas, oder? Wie kann ich das dann beweisen? Ich war in der Öffentlichkeit, da waren Leute um mich herum, da waren andere Polizisten, die wussten gar nicht, die waren am Kaffee trinken und dann ging es nicht. Also es ist anders geplant gewesen, ging in die Hose. Ja, und dann war dann eben neun Tage, wo ist jetzt mein Sohn, oder? Ja. Und dann ging das los mit diesem Schreiben und diesem Stress machen und so und es war einfach total anstrengend. Also ich habe für etwa 100 Franken Flyer verschickt von meinem Sohn überall hin. Ich habe ganzen Quartier Flyer aufgehängt, habe dann angefangen, so Kinderheime schon so rauszusuchen. Also ich habe da einfach dann, also zuerst, die ersten zwei Tage war ich so, bin ich so ein bisschen traumatisiert im Bett gelegen. Ja, natürlich. Ich habe dann gefunden, das ist mein Sohn, das ist mein Kind, ich bin die Mutter, ich suche den jetzt, bis ich den wieder... Wenigstens weiss, wo er ist. Und ja, ja, ja. Und dann ist er dann irgendwie, kam dann irgendwie am 16. eben so eine Nachricht, glaube ich, auch an die Schulkollegen oder so. Er wäre jetzt auf dem Weg nach Frankreich oder so und dann war ich gerade mit der Mutter von einem Schulfreund von Delk im Café und dann sind wir an einem Bahnhof in Zürich und haben da geguckt, bei den Zügen überall mit Flyer, ob der Delk da irgendwo im Zug ist, aber ich glaube, der wurde dann mit dem Auto nach Frankreich gefahren, keine Ahnung. Ich habe ihn nicht gesehen und so und dann war es dann noch so, man hat dann gesagt, der Delk würde mit dem Vater die Sachen vom Delk bei mir abholen und dann muss man da auch wieder aufpassen oder können sie dann versuchen, einem Stück zu dem zu sagen, ja, man wollte das Kind nicht gehen lassen oder man hätte das Kind entführen wollen, also dem kommt dann noch viel in den Sinn, oder? Wenn sie einen drankkriegen wollen und dann habe ich gedacht, okay, da müssen wieder Leute da sein, damit da nicht plötzlich wieder die KESP oder die Polizei oder die sozialen Dienstemitarbeiter ums Eck kommen und dann wieder irgendwas ist. Und dann habe ich gesagt, gut, wir machen gerade so eine Abschiedsfeier und dann wurde das abgesagt. Dann hieß es dann nicht mehr, der Delk kommt seine Sachen holen. Also ich dachte, ich glaube, da hat man was geplant und weil man wusste, da hat es viele Leute, hat man das dann wieder abgesagt. Nicht gemacht, ja. Also was... Dann kam dann nur der Vater, hat die Sachen geholt und dann, ja, habe ich das letztendlich im Februar nochmal kurz gesehen und dann letzten Sommer im Juni und das war es. Also zweimal kurz. Also wirklich so ein richtiger Überfall und sagte, ja, jetzt habe ich gar keinen Kontakt mehr. Aber grundsätzlich weißt du, wo dein Sohn lebt? Also... Mein Vater, ja. Genau, aber die Adresse zum Beispiel vom Vater, die hast du? Ja, aber das ist ja eben auch, wenn ich jetzt da... Ich bin einmal runtergefahren und dann waren die nicht da. Dann habe ich da halt den Kuchen dabei, bei der Tante da abgegeben und dann bin ich halt wieder nach Hause, weil dann wurde mir vorgeworfen, ich hätte halt sagen müssen, wann ich komme, aber wenn ich sage, wann ich komme, dann geht es dann wieder los und wo ich gerne bin. Das ist einfach so. Also egal, wie man es macht, das ist immer... Das ist nie richtig, genau. Also zu dem Ganzen, zu der ganzen Entführungsgeschichte eigentlich kommt noch hinzu, dass dein Ex-Partner halt euren Sohn jetzt auch entfremdet. Also dir quasi eben kein Kontakt zuspricht und du auch... Ich glaube, dem wäre es irgendwie... Also ich habe ja da so Nachrichten von ihm, wo es hiess dann, ja, das tut dem Date gut im Heim, da kann er nicht Playstation spielen und die werden sich da gut um ihn kümmern. Ich glaube, der hatte gar kein Problem damit, dass der Date im Heim war. Und er hat dann immer wieder Druck gemacht, auch über meine Mutter, ich müsste zu einem Psychiater. Und... Aber weshalb? Weshalb? Nur weil du dich so ein bisschen engagierst für mehr Menschlichkeit, mehr Gerechtigkeit, mehr... Ich weiß nicht. Ich habe da in ein... In den Stock gestockt. In ein Business rein gepusht und war da gewissen Leuten drin im Auge und ja, habe dann halt versucht, mich auszuschalten, und entweder über Psychiatrie und dann gibt es noch andere Möglichkeiten noch. Ja, auf jeden Fall. Ja, so... Eben, dann habe ich... Habe ich dann einfach immer meine Standardsätze gesagt. Ich verhandle nicht, ich gebe keine getäuschte Zustimmung, weil sie versuchen, einen da ja hinzulocken, damit man hingeht. Dann geht man in ihr Business, dann stimmt man dem zu, dann wird da gehandelt. Und weil ich das eben weiss, wie dieses System funktioniert, habe ich das halt anders gelöst. Also ich hatte auch immer... Ich habe Schreiben verfasst, ich habe einen Kurier, ich habe der Kästen Kuchen geschickt. Bitte lassen Sie mein Kind nach Hause und so. Ich fordere mein Kind zurück und so. Weil die haben dann reingeschrieben, die Mutter wäre hasserfüllt gegenüber den Behörden, oder? Da wird einem so... So viele Dinge angehängt, unterstellt. Ja, 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 ja. Ja, es war einfach sehr mühsam, sehr anstrengend. Aber ja, das hat alles eigentlich gut geklappt. Der Tag war nach neun Tagen aus dem Heim draußen. Dann ging es dann halt weiter. Dann hat man mich über die sozialen Dienste versucht zu erpressen. Also wenn ich nicht komme, dann dürfe ich den Tätik quasi nicht sehen. Und das hat mich dann sauer gemacht, weil ich lasse mich nicht erpressen. Schon gar nicht von privaten Firmen, die vorgeben, da irgendwas zu sagen zu haben. Das sind für mich, wie sagt Schweizerdeutsch, fremde Fötzle. Fremde Menschen, die da irgendwie sich da anmaßen, ins Privatleben einzureden. Und ich habe das... Also ich weiss, wie das läuft. Und ich habe dann auch diesen Beistand, der dann ernannt wurde, gesagt, also er soll mich bitte nicht belästigen. Und ich habe mich da einfach gar nicht auf diese Spiele reingelassen, weil ich kenne es genug von betroffenen Eltern, die ich vorher begleitet, unterstützt habe. Das geht dann jahrelang. Das ist einfach eine Profitmaschinerie. Und wenn man da drinnen ist, da löst sich gar nicht, sondern wir wollen ja Profit machen. Das geht dann jahrelang so weiter, oder? Und dann macht man das immer gleich. Man guckt die Kinder, dem weniger gut geeigneten Elternteil zu geben, also dem Narzissen oder dem Kind, oder was auch immer. Und der empathische Elternteil, der kriegt dann das begleitete Besuchsrecht, oder? Und der empathische Elternteil sagt dann immer, ja, aber der schlägt ja die Kinder und sehen sie denn nicht, und das und dies und jenes. Und das ist ja denen egal. Die wollen ja einfach Profit machen. Und ich habe es ja selber erlebt, ich habe ein Arztzeugnis, dass der Ex-Vater gewalttätig mir gegenüber war, wurde komplett ignoriert. Also die haben das wahrscheinlich mal angesprochen, aber es hat gar keinen Einfluss, weil es ist ein Business. Es ist einfach kein Gericht. Die Kespe ist kein Gericht. Nein. Es ist kein Gericht. Und von dem her ist es da auch egal, wer da lügt und wer die Wahrheit sagt, weil es kein Gericht ist. Also sie haben halt sehr, sehr viel Macht. Ich kann nur sagen, ja, ja, haltet euch von diesen privaten Körperschaften sehr an, verhandelt nicht mit denen, weil es ist schon anstrengend genug, mit einem narzisstischen Elternteil gemeinsam ein Kind aufzuziehen. Aber sobald diese Behörden noch drin sind, dann ist es ein Albtraum hoch drei. Also dann besser das versuchen irgendwie anders zu regeln als mit diesen Behörden, weil ich habe es genug erlebt bei anderen. Das geht jahrelang. Also wenn man da drinnen ist und dann auch mit Anwälten anderer. Also keine Hilfe quasi bei der Kes Polen. Oder auch wenn man mal jetzt eben überfordert ist. Das habe ich in Deutschland schon sehr, sehr oft gehört, solche Geschichten, ja. Also solche Situationen, wo die Leute sich wirklich Hilfe suchen, eben an die Jugendämter oder die Kes dann in unserem Falle jetzt gewendet haben. Und das sind ja in Deutschland sind das alles freie Leistungsträger, die die Kinder ja, ja, und die wollen alle Geld verdienen, ja. Also es ist ein viereinhalb Milliarden Business in Deutschland, diese Heimkinder. Und die werden dann auch systematisch weiter entfremdet von den Eltern, damit die eben in diesen Heimen bleiben müssen und die Eltern gar nicht mehr sehen wollen. Das habe ich, das ist grauenhaft. Also... Ich glaube das auch, ich habe auch eine deutsche Mutter kennengelernt und ganz schlimm, was sie mir erzählt hat. Also ganz, ganz schlimm. Und jetzt das ist so, genauso wie du das sagst, das ist so. Das ist einfach... Das ist in der Schweiz auch so. Ich weiss das nicht, wie ist das organisiert. Also die Kes gibt dann quasi einen Auftrag an ein Heim. Sind diese Heime staatlich oder privat bei uns? Oder eben sind das auch so freie Träger, die einfach... Stichungen und alles Mögliche, ja. Alles Mögliche. Aber sie wollen halt gefüllt sein. Ja. Und schwach Zahlen schreiben. Weil, wenn man da ein bisschen weiter nachforscht, oder? Ich meine, man hat die Tes eingeführt am 01.01.2013 und zwei Jahre zuvor hat man die geschworenen Gerichte abgeschafft, am 01.01.2011, dass man sich nicht mehr wehren kann, oder? Wenn man da ein bisschen nachforscht, das ist alles initiiert durch dieses zentrale Bankensystem. Also das fängt eigentlich in dem Moment an, wo man eben diese Geburtsurkunde ausgestellt wird. Da wird dieses Konto, dieses... Ja, der Vertrag. ...zum Trast eröffnet, genau. Und dann ist es eben so profitabel dann für diese Tes oder Jugendämter, da eben kinderfremd zu platzieren. Also die machen Wertpapierprofit, Profit mit dem Kindsmissbrauch, erzwungenen Adoption, Fremdplatzierung und auch Obdachlosigkeit. Also das ist ein Business, ein fettes Business. Also und wenn man das von dieser Seite betrachtet, ist es klar, dass die das auch nicht regeln wollen. Also und da geht es auch nicht ums Kindswohl, ja? Nein. Also eben... Nein. Es geht eigentlich um... Also das ist wirklich so, man... Indem man die Kinder ja bei... Also man geht ja gezielt gegen die empathischen Eltern vor. Und das ist ja völlig... Also gegen die Familie eigentlich, oder? Weil ein empathischer Elternteil, wenn man dem die Kinder gibt, der lässt ja den Narzissen trotzdem auch die Kinder sehen, oder? Er will halt einfach nicht, dass er die Kinder missbraucht werden. Aber sie machen es ja extra genau andersrum, oder? Damit sie Profit machen können, damit eben die Familie möglichst zerstört wird. Das ist so gewollt. Weil ich habe vorhin 13 Jahre lang, das mehr oder weniger ging das, also ich hatte nie das Problem, dass ich den Weg nicht sehen konnte, oder dass der Vater den Weg nicht sehen konnte. Aber sobald die Hörten da angefangen haben einzupuschen, das hat die Fronten extrem verhärtet. Ja, also eben, was mich in deinem Fall sehr, sehr verwundert, hast du überhaupt dann irgendwann mal ein Urteil gekriegt, oder? Nur dieses Zeugs da, dieses mit diesem Gummistempel. Also das ist ja alles nur so. Also man hat dann einfach, also ich habe dann, weil ich halt weiss, wie das läuft. Also in der Schweiz kamen, sind die Kinder dann geholt, dann versuchen sie irgendwie an die Krankenkassekarte ranzukommen, weil da steht die HV-Nummer drauf. Ja. Und die brauchen sie dann, und diese Stromankonten, bei der BITZ-Bank belasten zu können. Und das habe ich mehr als einmal jetzt erlebt. Auf jeden Fall, ja, dann richten die Beistandschaften ein, und möglichst sollen die ja lange laufen, damit sie Profit machen können. Und ich, weil ich weiss, wie das funktioniert, ich bin ja nicht hin. Also dann konnten sie das nicht machen, ja, ich bekomme jetzt das begleitete Besuchsrecht, muss da in so ein Zentrum von denen, mit Begleitung, Beobachtung da mit meinem Sohn, was soll ich denn, was soll das mit einem 13-Jährigen, da mit einem Bauwagen eben dran, der da guckt, wie ich mit einem 13-Jährigen spiele. Ja, 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 ja. Ja, und das hat halt nicht funktioniert, und dann hat man dann irgendwie ein paar Monate später, weil ich halt auch ziemlich auf die Barikaden gegangen bin, hat man das alles aufgehoben. Also in diesem legalen Zeugs steht dann irgendwie, ja, man verzichtet auf Beistandschaft oder eine weitere Regelung des persönlichen Verkehrs oder so. Also hast du dich eigentlich selber durch deine Handlungen, also oder durch deine Aussagen, weil du einfach gesagt hast, nein, ich will mit euch nichts zu tun haben in dem Sinn, also dich selber aus der ganzen Story rausgenommen sozusagen und hast halt jetzt natürlich auch kein Besuchsrecht, was dir aber wahrscheinlich auch nichts nützen würde. Doch, ich kann ja, ich hatte immer einen Besuch, ich hatte sogar in diesem legalen Wisch, war da ein Besuchsrecht drin, aber mit einem Narzissen kann ja stehen, Ja, eben, darum sage ich, es wird eh wahrscheinlich nichts nützen, wie du gesagt hast, also wenn du auch hinfährst oder wenn du dich auch anmeldest. Aber denkst du denn nicht, also für mich, ich weiß nicht, denkst du nicht, dass dein Ex, also der Vater halt, dann der Ausschlaggeber war, weil der Sohn dann eben nicht mehr zurück wollte, dass der dann... Nein, ich habe das zuerst gedacht, weil ich habe, hat jemand, den ich kenne, hat da mal in die Akte reingeguckt und gesagt, ja, der Vater hat da so viele wüste Sachen erzählt über dich. Ich habe eben durch diese Anwältin das Aktenregister bekommen und dann steht dann eben anonyme Gefährdungsmeldung von den Nachbarn und das ist eben auch sehr komisch, weil ich habe mit den Nachbarn, mit den Paaren gesprochen, ich kann mir bestimmt das gar nicht, das, was, anonyme Gefährdungsmeldung, wieso sollte einer einen Zettel vom Lift im Juni abfotografieren oder so und das dann im Oktober der Kesb schicken? Ja, und vor allem hatte das ja nichts mit deinem Sohn zu tun, oder? Ja, was da eben war, ist... Ich hatte eine Betrügerin an der Backe, eine Österreicherin, die war bei mir in der Wohnung und ich vermute sehr stark, dass die diese Gefährdungsmeldung fabriziert hat. Ich kann es aber nicht beweisen, aber die Vermutung liegt nahe, nur wer ermittelt das, wer untersucht das, also... Ja, klar. Also, das war nichts mehr ändern, ja. Ich wurde abgezockt finanziell, wurde bestohlen, betrogen, verleumdet, dann wurde der Deg entführt und dann ging es dann eben noch weiter, oder? Es ist dann nicht nur bei denen geblieben, sondern man hat dann wieder irgendwie jemanden auf mich angesetzt, dann wurde dann noch mein Auto geklaut und dann hat dann auch noch... Im Juni hat man dann bei meinem Camper zuerst an den Gasflaschen rumgeschraubt und dann wurde dann der Pnoe irgendwie noch sabotiert, der ist dann explodiert beim Fahren auf der Autobahn. Also, ich gehe davon aus, und auch mein Umfeld, dass man dann so versucht hat, mich mit diesem Unfall aus dem Weg zu schaffen, weil ich einfach zu viel weiss. Also, ich weiss zu viel über das System und wie das funktioniert und das Wissen ist halt gefährlich für die, die, ja... Ja, klar. Wie geht es dir heute? Und was machst du heute? Also, wie geht es mir? Ja, so ein bisschen ab und dann. Mal gut, mal wieder weniger gut. Also, wenn ich das so ein bisschen locker mit einem Lachen erzähle, also da steckt schon auch viel... Ja, viel Schmerz. Schmerz und Wut und Trauer und Frust. Und alles Mögliche. Ja, klar. Und da ist man sich ordentlich am Heulen. Aber, ja, ich bin halt so, okay, vorwärts schauen und halt weitermachen. Also, ich habe mich jetzt dazu entschieden, eine Auszeit zu nehmen und mal ein paar Monate oder vielleicht auch länger, ich weiß noch nicht genau, ins Ausland zu gehen, weil ich da noch Familie habe und ein paar Sachen zu erledigen. Ja, und das wird mir auch gut tun. Also, mal ein bisschen wechseln. Also, mal ein bisschen wechseln. Und das ist ein bisschen weg und mal wieder. So ein Tapetenwechsel. Ja, ja. Und von dem her bin ich im Moment ja so beschäftigt, meine Reise... Zu organisieren. Meine Reise zu organisieren. Also, ich weiß noch nicht genau, wann ich fahre, aber, ja, also, sonst geht es mir einigermaßen gut. Also, ich bin gesund. Ich habe halt geguckt auch, dass ich immer viel Bewegung auch habe, an die frische Luft gehe und so, weil man kriegt halt... Das ist halt schon nicht eine schöne Situation. Und da muss man schon gucken, dass man dann nicht in ein Loch fällt. Ja, absolut. Und dann hatte zum Glück auch gute, ein paar gute, richtig gute Leute. Und ich... Das ist auch ganz wichtig, ja. Wenn ich immer reden konnte, auch andere Betroffene und so, und das hat halt schon geholfen. Ja, klar, klar. Du hast angesprochen noch, du hast auch Betroffenen selber geholfen. Machst du das immer noch? Oder... Also, eigentlich jetzt nicht mehr, aber ich habe es gemacht und ich habe dann jetzt noch am Schluss noch einer Mutter ein bisschen geholfen, die man auch unschön überfallen hat, aber zu Hause. Das war im Kanton Graubünden, Kespkur. Und zuvor habe ich halt ein paar Mal Zeugenbegleitungen gemacht, auch als Verteidigerin bei ein paar Eltern. Ich bin da eingesprungen und so. Und... Ja, ich habe halt... Also, ich habe halt viel Einblick bekommen, oder weil ich viele Geschichten gehört habe und immer gemerkt habe, ah, das ist immer das Gleiche. Ich habe die Akten gesehen, ich habe eben Eltern begleitet und habe halt so viel gelernt und auch Gespräche, ich habe zum Beispiel mit Polizei, Kommandanten, mit allen Menschen. Und ich glaube eben, weil ich so viel Aufklärungsarbeit gemacht habe, dass ich da wirklich gewissen Leuten richtigen Rohren im Auge war und das eigentlich, weil ich wurde ja, 13 Jahre war ich ja Kesp-frei, also ich hatte mit denen ja nichts zu tun, also 13 Jahre. Ja, also, dass man da einfach über Agenten angefangen hat, mich zu sabotieren und dann mich eben zu verleumden und dann irgendwelche Kesp-Meldungen fabriziert wurden, um mir eben gezielt zu schauen und mit meinem Sohn. Und das ist schon ziemlich übel und das wusste ich eben nicht, dass es da, also ich sage dem Systemagenten, Agenten des Systems, dass es solche Agenten gibt, sonst wäre ich noch ein bisschen mehr auf der Hut gewesen, weil das ist schon ganz schön übel. Also man wird dann so richtig ausspioniert und das ist schon perfid. Also da werden dann Sachen erfunden, weil wenn man, also die Leute geben sich so teilweise auch als Betroffene aus und sind es gar nicht. Sie lügen, die geben was vor, also da muss man schon aufpassen, wenn man hier versucht, etwas zu machen, dann muss man wissen, die haben viel Geld, um Leute zu bezahlen, die dann sich als Freund ausgeben, aber dann nicht die besten Absichten haben. Ja, da habe ich schon harte Lektionen bekommen. Wird man da nicht fast paranoid? Weißt du? Also, man muss da aufpassen, weil man kann ja nicht jedem, der um Sex kommt, denken, das ist ein Agent, der spioniert mich jetzt aus. Ja, klar. Man muss halt einfach wachsam sein und ich habe halt immer Handy dabei oder was zum Aufnehmen oder so. Ich habe halt eben so ein Support-Netzwerk von Leuten und da ist der Austausch sehr groß. Man tauscht sich auch über andere Leute aus und sagt, hey, da ist mir das und das mit dem oder der so und so passiert und dann heisst, boah, bei mir hat die oder der das und das gemacht und dann ist das schon ziemlich klar und da kann man auch den anderen dann sagen, du, bei dem oder der musst du aufpassen. Okay. Und mir ist das passiert und der ist das passiert mit dem. Weil das soll ja eben nicht sein, dass die Leute sich zusammentun, um etwas auf die Beine zu stellen, um etwas an dem, was wir jetzt erleben, zu ändern, weil das ist gewollt so, weil das bringt Profit. Und ja. Das sehe ich auch in der Szene, in der PAS-Szene, das ist mir jetzt in den letzten Monaten aufgefallen, da gibt es sehr viel Spaltung und das finde ich sehr, sehr schade, weil das ist so eine große Menge von Opfern, von Betroffenen. Wenn die alle zusammenhalten würden, dann könnte man wirklich was bewegen, ja. Aber die sind zum Teil, ja, halt schon wieder Opfer der Opfer. Also, aber ja. Ich habe es auch sehr viel erlebt von Leuten, also es war ja bei mir eben auch, weil ich habe mich für den Kinderschutz eingesetzt und habe Treffen organisiert und dann kamen dann schon so Leute, das hat da schon angefangen, oder? Und ich habe dann halt einfach nicht mehr so Treffen gemacht, sondern halt, ich war viel auch allein unterwegs, ich habe Flyer verteilt, habe mit den Leuten auf der Strasse gesprochen, und so, und damit sich das rumspricht. Und eben mit den Flyern, je mehr die Leute wissen, was da läuft, desto mehr sind sie auch auf der Hut und desto mehr passen die anderen dann auf, was sie machen, oder? Ich meine, das, was sie bei mir gemacht haben, das war ein ziemliches Fiasko, also ich glaube nicht, dass das auch nicht besonders lustig war für die Leute, die das ausführen mussten. Mussten, ja. Was könntest du jetzt so den Zuschauern raten, sage ich jetzt mal, oder, oder, ja, einfach rein aus deiner Erfahrung heraus, du hast schon so ein paar wirklich wichtige Sachen genannt, die man auf keinen Fall tun sollte, oder eben auf jeden Fall tun soll, hast du da vielleicht noch so ein paar wichtige Tipps, wenn man plötzlich in so eine Situation gerät, weil das kann ja wirklich jedem passieren, ja? Also, das macht... Also, ich habe so ein bisschen, ich habe mich schon so ein bisschen auch überlegt, genau deswegen, ich habe so ein paar generelle Tipps, und dann eben auch noch konkret, also, ich sage immer den Leuten zuerst mal, wechselt die Zahnpasta, das ist eine Zahncreme, genau, ohne Fluor, ohne Fluor, das ist ganz wichtig, weil das ist ein Suppressant fürs Gehirn, und dann sage ich allen, macht euch so eine antilegale Fallenstellenkarte, ich kann die mal kurz hinhalten, mit der Karte habe ich mit der Polizei gearbeitet, also immer wenn die Polizei kam, habe ich denen die Karte gezeigt, und das soll eben einen schützen von diesen legalen Fallen vom System, und ganz wichtig ist, dass man den Namen klein schreibt, weil der Name in Großbuchstaben ist ein Trasthandelsname, ein Firmenname, darum Name klein schreiben. Aha, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, ich zeige das kurz, also das ist jetzt hier ein Heimatschein, Schein aus der Schweiz, und siehst du da, ist der Name in Großbuchstaben, da, ja, ja, da mit diesem Ding, wird eben dieser Sekt, wie Gewitrast heißt das, eröffnet, dieses Konto eröffnet, dieses Konto, ja, das Vatikan-Rotschip-Konto eröffnet, aber jetzt bist du eingefroren, wir werden schon wieder sabotiert, also, wir werden sabotiert, so, also, wir sind in der Schweiz, oder auf der IDe haben wir den Namen in Großbuchstaben, genau, jetzt warst du im Fall gerade eingefroren, ja, wären sicher 20 Sekunden, ich habe gesagt, sieh mal an, wir werden direkt sabotiert, ja, das gibt es ja wohl nicht, oder? Doch, das ist nichts, ja, ja, ich weiß, Name in Großbuchstaben auf dem Heimatschein, bei Deutschland, Österreich, müssten die Leute mal ihre Geburtsurkunde anschauen, ob sie das sehen, der Name in Großbuchstaben ist ein Firmenname, Corporation, ein Set-B-Gewitrast-Handelsname, und weil da eine Firma errichtet wird, und der Name in Großbuchstaben ist, dann wird man mit dem auch so quasi, gilt man als tote Sache, dann steht ja in diesen Unterlagen auch immer in Sachen. Genau, da wirst du ja nicht mehr als Mensch, sondern als Person, juristische Person, und was weiss ich, genau, ja, ja. Wir haben ja in der Schweiz keine Ausweispflicht, also müssen weder mit Pass noch Idee rumlaufen, aber wenn die Polizei kommt, die möchten dann gerne, dass wir mit dem Pass oder der Idee uns ausweisen, weil hier steht auch der Name in Großbuchstaben, dann weisen wir uns als Firma aus, sie haben unseren Fasthandelsnamen, und dann wollen sie handeln, und dann läuft das schon los. Und darum, dieses Kärtchen, also ich kann den Leuten auch, die das interessiert, die können mir schreiben auf Facebook, ich kann denen die Vorlagen schicken, die Infos schicken, das ist schnell geschrieben, das ist in einer Minute geschrieben, ich habe das mehrfach getestet, ich wurde mehr als einmal mitgenommen auf den Polizeiposten, war dann einfach da mit meiner Karte, und konnte dann aber wieder gehen. Okay, ja, aber ja, also es ist wirklich, Hast du da Hilfe von einem Anwalt auch bekommen, oder so, der das... Ich habe sowas nicht, nein. Okay. Ich habe das gelernt, ich habe das gelernt von Julian Culture aus England, ja, und ich bin da auch nicht die Einzige, die mit ihm gearbeitet, also arbeitet die Jodie zum Beispiel, eine Mutter von Amerika, die hat auch schon gefilmt, wie sie da im Auto, in der Verkehrskontrolle kam, und da hat sie dann Livestream gemacht, jetzt muss sie da auf den Posten, sie wird verhaftet, Livestream gemacht, Karte gegeben, und sie konnte dann wieder weiterfahren. Das stimmt. Und wir möchten halt nicht, dass man, dass man, dass die gefilmt werden, wenn die, wenn man das, ja klar ist, und halt mit der Karte kann man sich einigermaßen schützen, weil, ja, das ist wichtig eben, dass man den Unterschied versteht zwischen Gesetz und legal, also man, wenn die Englisch können empfehlen, auf YouTube das Video anzugucken von John Harris, das heißt, It's an Illusion, der erklärt auch recht viel, gut, da kann man sich auch ein bisschen informieren, eben, ich kann die ganzen Links auch durchgeben, also, Ja, gerne, ich kann das auch dann unter deinem Video verlinken, also zumindest auf meiner Seite natürlich, aha, auf YouTube sowieso auch, ja. Genau, und dann eben, dass man versteht, dass diese Unterlagen, wenn wir einen Gummistempel haben, das ist fake, das geht an den Strom an, an diesen Namen, also an diese Firma, und das, man ist ja keine Firma, ich bin ja Mensch, Mann und Weib nach der Bibel, aber die haben ja dieses Herr und Frau, also, da wird dann eben die Firma angeschrieben, diese Person, und das ist man gar nicht selber gemeint, sondern das sind halt immer so Versuche, eben Leuten legale Fallen zu stellen und Profit zu machen, ja, also, weil ich, es ist wirklich, also wenn man das Verhältnis anzieht, guckt, oder da sind die grössten Schwerverbrecher auf freiem Fuss, halt auch viele, und weiß ich nicht was alles, und dann werden dann Leute wegen, weil sie die Rechnung nicht bezahlen können, oder weil sie es nicht bezahlen können, genau, das ist eben genau wegen dem, also, und da dürfen sich die Leute jetzt wirklich, das habe ich in einem meiner letzten Videos gesagt, ich habe gesagt, wenn du ein Gerichtsurteil hast, vom Obergericht, Obergericht, oder von mir aus sogar vom Bundesgericht, ja, das zum Beispiel besagt, du darfst dein Kind dann und dann und dann, so und so und so und so und so oft sehen, und das Gerichtsurteil wird nicht eingehalten, dann unternimmt kein Mensch etwas, kein Mensch, nee, niemand, ja, aber wenn du eine Verkehrsbusse hast, von 40 Franken, und die nicht bezahlst, ja, dann kommst du richtig an die Kasse, und das ist doch einfach alles nur ein Witz, also, das geht doch nicht. Es ist wirklich so, also, eben, die Polizei wird quasi missbraucht, vom zentralen Bankensystem, um Umsatz zu verwirtschaften, und nicht da, um Menschen zu schützen. Richter auch, ich meine, das geht so von oben runter, und, ja, dann wollte ich noch kurz zeigen, eben, wenn man schon vom Namen im Grossbuchstaben, da spricht es im Namen, es ist ganz wichtig, dass sich die Leute informieren, da gibt es auch Infos auf Deutsch dazu, sich informieren zu dem Thema, SETWI, GEWI ACT 1666, weil das hängt ja direkt damit zusammen. Zusammen. Und, mit diesem ACT geltet man quasi als verschollen, auf See, also, da wird man dann quasi für tote Kräfte, verschollen auf See, und, ja, mit der Ausstellung der Geburtsurkunde, also, diese Dinge, diese Geburtsurkunden, oder diese, diese Heimatscheine, jetzt, das sind eigentlich, ich habe das zu einem Treuhänder geschleppt, der hat ein Wasserzeichen, da ist dickes Papier, ich habe das zu einem Treuhänder geschleppt, habe gesagt, sag du mir mal, ist das ein Werbpapier? Er hat gesagt, ja, das ist ein Werbpapier. Und, dann habe ich da noch ein bisschen gegoogelt, da kann man scheinbar auf diesem Treasury Direct Go nachgucken, den Bond irgendwie, und ich habe dann eben ein paar Fragen gestellt, dann war dann eben mal meine Festplatte gelöscht. Ja, da wird dann mit diesem, mit diesem Dokument, also, das wäre eigentlich unser Anteil am Landesvermögen, das für uns bereitgestellt wird, aber weil wir wegen diesem Akt, von 1666, als für tot, verschollen auf See gelten, können wir nicht souverän über unser Vermögen verfügen, und darum ist es dann eben so profitabel, für die Kinder in Heime zu tun, und so, weil wir sind ja für verschollen auf See deklariert, und gar nicht souverän, wir gelten nicht lebend, und darum wäre dann eben das auch noch wichtig, dass die Leute sich ein bisschen informieren, zum Thema Lebenderklärung, da gibt es ganz viel Information, auch im Internet. Ja, da habe ich auch schon was gehört darüber, genau. ...eine Erklärung macht, und die habe ich eben auch, habe eine Kopie von meiner jetzt, immer, also, dabei, hinter dieser Karte, und, ja, wenn was ist, dann arbeite ich eben mit dem, also, klar, man braucht halt Pass und Idee danach, immer noch, wenn man eben in einem Flieger irgendwo hin will, aber wenn man jetzt einfach normal sich bewegt, fortbewegt, dann habe ich das gar nicht dabei, ich zeige die Karte und fertig, und wenn sie dann unbedingt wissen wollen, dann können sie ja dann ins System, und finden das dann sowieso raus, aber so gibt man ihnen nicht den Trasthandelsnamen, man gibt so keine getäuschte Zustimmung, oder sie wollen halt, dass man sich mit dieser Firma identifiziert, und das ist eben, so stellen die, sind die legalen Fallen vom System, und so kann das dann eben passieren, dass Menschen wegen einer Buße, oder irgend sowas, ins Gefängnis kommen, ins Gefängnis kommen, ja, genau, das ist unglaublich, ja, 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 du, da gibt es viel nachzudenken und nachzuspüren, aber ich finde es wahnsinnig mutig, von dir, dass du das zur Sprache bringst, ja, also jetzt ist ja gerade, vor zwei, drei Tagen habe ich einen Artikel gelesen, also eben, weil du auch die Zahnpasta gezeigt hast, ich weiß das auch schon lange, ich mache meine Zahnpasta selber mit Kokosöl und Kurkuma, und weiß ich was alles, aber, die, und jetzt hat man ja wirklich irgendwo, weiß jetzt gar nicht mehr, in welchem Land, egal, hat man wirklich Wissenschaft, also das weiss man ja, dass das Fluor ein Nervengift ist, ja, auch, und das wurde einfach uns verkauft, genau wie Polizei, dein Freund und Helfer, ja, Fluor ist gut für die Zähne, und jeder hat das geglaubt, ja, und die Menschen, sie denken halt einfach nicht mehr selber, ja, und genau auch das Beispiel, was ich vorhin gegeben habe, wegen dem Gericht, wo du keine Chance hast, dein Kind dann jemals rauszuholen, selbst wenn du ein Urteil hast, vom Oberbundesgericht, oder was auch immer, und da muss man sich doch Fragen stellen, als Mensch, da muss man doch sagen, hey, also, was läuft hier schief, also, da läuft was grundsätzlich sehr, sehr schief, ja, und das tun die Menschen nicht, weil es ist schon irgendwie so, oder viele tun das nicht, aber immer mehr tun es, und das ist, das ist gut, also, das ist wirklich gut, hast du, hast du keine Angst jetzt heute, wenn du, also, so, also, ich hatte schon einen Moment, eben da, wo das, der siebte war, und dann, wo das eben noch war, mit diesem Unfall, schon, ich hatte schon ein paar Schockmomente, jetzt geht es eigentlich wieder, ganz am Anfang war es so, nach dem siebten, dass, wenn ich Polizei gesehen habe, da hat es dann angefangen, so, Stress und, Herz klopfen, oder so, aber jetzt mittlerweile, nein, also, wenn die jetzt da rumfahren, oder irgendwas, ja, nicht mehr, aber, ja, das braucht so einen Moment, oder, weil man ist so, ja, man hat dann, kommen die wieder, und wollen einen wieder überfallen, oder irgendwas, aber es sind ja, sind ja auch viele nette Polizisten, sind ja genauso Opfer, Opfer, genau, das ist das System, die werden ja mit dem Fall abgeben. ja, das ist wirklich so, ja, ja, gern. Wichtig für die, für alle Leute eigentlich, also, wo der siebte Dezember war, was ich dann gemacht habe, ich habe mir Überwachungskameras geholt, für meine Wohnung, war mir, ja, ich bin da ein bisschen, ähm, in diesen Elektronik-Shops, beim Konrad habe ich viel gefunden, ähm, ich habe mir auch so für unterwegs, so, äh, Kameras und sowas, äh, dazu, also, zugelegt, weil die einem halt öfter mal das Handy aus der Hand nehmen, oder wegtun, weil die ja nicht wollen, dass gefilmt wird, dass gefilmt wird, ja, und man darf filmen, und man darf die filmen, man darf das aufnehmen, und ich sage ihr allen immer, immer alles aufnehmen, und für die Gespräche habe ich so ein, so ein, so ein Rekorder, ja, ja, so ein Rekorder, weil ich hatte zuerst eine App auf dem Handy, äh, wo alles aufgenommen hat, und die war plötzlich, ging da gar nichts mehr, kann man auch extern manipulieren, genau, also kann man manipulieren, da haben sie externen Aufnahmegeräte, ähm, das funktioniert sehr gut, man hat es schnell eingestellt, und, ähm, ich habe eigentlich immer sowas dabei, ja, also, die Polizei mag es nicht, also, man wollte es mir auch schon aus der Hand nehmen, ich habe dann einfach laut gerufen, und dann hat man sich dann nicht geglaubt, mir das wegzunehmen, also, das ist mir eins, das gehört mir, ich muss mich ja irgendwie schützen, also, ja, klar, also, von dem her, das sind Sachen, wo ich jedem über, also, auf den Weg gebe, habt immer irgendwas dabei, Handy nehmen sie öfters weg, oder sagen dann, äh, man muss das löschen, was da ist, was drauf ist, und so, ja, es gibt noch andere versteckte Kamerasachen, einfach irgend sowas dabei zu haben, finde ich gut, dann mit den Behörden im Kontakt eben alles aufnehmen, nichts sagen ohne Zeugen, ja, also, zu diesen Gesprächen, also, ich würde schon gar nicht hingehen, äh, aber, wenn dann nur mit zwei, drei Zeugen, dass das aufgenommen wird, weil, sonst wird da alles verdreht, verdreht, ja, ja, das ist auch ganz, ganz wichtig, ja, die Verteidiger, dann eben alles aufnehmen, alles dokumentieren, und die Öffentlichkeit informieren, weil, ähm, das gibt einem auch einen gewissen Schutz, also, ich habe, bei mir wussten die Nachbarn recht bescheid, so, was lief und so, und ich habe mit vielen Leuten gesprochen, es war nicht so angenehm, oder, ja, dein Leben ausbreiten und so, so, also, ja, genau, es ist, es ist unangenehm, aber Sicherheit geht vor, ähm, ja, und dann informiert euch, äh, über das Bankensystem, was die Witzbank ist in Basel, Bestimmankotten, äh, Settwike, wie, Namen, Großbuchstaben, immer, all diese Themen sind sehr wichtig, und, ähm, baut euch ein Support-Netzwerk auf, von Leuten, denen ihr vertraut, prüft die Leute zuerst, weil es hat, hat Leute, die meinen es nicht ehrlich, und die können sehr viel Schaden anrichten, ja, und darum immer zuerst, bisschen, wenn jemand Neues kommt, so ein bisschen, ein bisschen beobachten, so, nicht, ja, weil man sollte schon schauen, weil, ähm, die können, die können einem so richtig umgarnen, und, äh, ich hatte eine, die hatte gesagt, das, was du machst, ist so toll, und ich mache auch für den Kinderschutz, und wir können ja zusammen, und dann, äh, ja. Hast du dich da hinreisen lassen, und bist da voll, ähm, ja, 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 das, ja. Also, eben aufpassen, wirklich, und sich Leute suchen, also, ich bin jetzt wirklich happy, ich habe viele gute Leute kennengelernt, und sind richtig gute Freunde, die meisten geworden, ähm, man hat da richtig zusammengehalten, und so, und das gibt so ein Support-Netzwerk, wo die sich dann auch nicht so trauen, oder, weil die wissen ja, die Leute gucken da hin. Genau, ja, ja, etwas wollte ich noch sagen, wo du ganz am Anfang eben gedacht hast, ja, du weißt ja nicht, die wollten sich wahrscheinlich sogar in die Psychiatrie sperren, und so, und das passiert ja auch vielen Menschen, gell, Zwangseinweisungen sind sehr, sehr einfach, ja, also, da braucht es nicht viel, wirklich, und das kann jedem passieren, jedem, und dann bist du erst mal vier, fünf, sechs, acht Wochen da irgendwo, und wirst einfach mit Medikamenten irgendwie, äh, da ruhig gestellt, und da gibt es in der Schweiz, die Psychex.ch, heißt das, die helfen wirklich solchen Menschen, die da, ähm, einfach zwangseingewiesen werden, ohne Grund, und das finde ich ganz wichtig, dass man das weiß, das wusste ich nämlich vorher auch nicht, ähm, und seit ich mich jetzt wieder mit dem Thema PAS und alles befasse, weil ich habe mich jahrelang nicht mehr damit befasst, weil ich es auch irgendwann, ja, sein lassen wollte, vergessen wollte, schwamm drüber wollte, und einfach mein Leben weitermachen, und irgendwie ist das Thema aber so groß, und es gibt immer mehr Menschen, die betroffen sind, und es weitet sich in, in, eben in, in Dimensionen aus, wo man sagt, hey, also das, ähm, das, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Ja, ja, ich habe angefangen eigentlich auch so, weil ich eben aufmerksam wurde, was zum Beispiel dieser Fall vom kleinen Florian, wo alle wussten, der Vater ist gewalttätig, ähm, und alle haben da von den Behörden das ignoriert, und der hat den Jungen ja umgebracht, den Notfallkindern nicht, also solche Sachen, da habe ich, ja, das geht einfach, dass die Kinder leben, die da auf dem Spiel stehen, und, und was machen wir für eine Gesellschaft auch? Stell dir vor, diese Kinder sind, und wenn sie auch nur ein Jahr im Heim sind, sage ich jetzt mal ganz blöd, das, das reicht, um ein, ein Kind komplett umzu, also zu zerstören sozusagen, ja, ähm, es, ja, es sind wirklich einfach Dinge, die so nicht passieren dürfen, und sowieso auch nicht mit dem Hintergrund, den du uns jetzt heute auch erzählt hast, also, das ist, aber, und da kommt bei mir so ein Gefühl, wieder von Hilflosigkeit halt auch auf, weil das ist riesig, ja, also, weisst du, also, was willst du gegen den Deep State angehen, sozusagen, ja, also, die Öffentlichkeit muss einfach wach werden, also, die Leute, also, eben, wenn sich die Leute dann zusammentun, man kann ja sich in Grand Juries zusammentun, man kann ja diese geschworenen Gerichte wiederherstellen, man kann das Gesetz wiederherstellen, dann, dann geht was, oder, ich meine, ich glaube, da haben schon viele Leute versucht, sich zusammenzutun, aber es wurde halt dann immer wieder, wieder auseinander, ja, diese Agenten, oder, aber wenn das dann wirklich mal so weit ist, dass da zwölf bis zwanzig Leute, und dann ohne diese Agenten dazwischen, dann geht dann was, oder, und, ja, wir sind der Public, die Öffentlichkeit, und, ja, und, und wir sind die Bürger, also, so, ja, wir, ich meine, wir sind die Menschen, die machen, dass ein Land auch funktioniert, ja, also, ohne uns geht es, Bürger würde ich nicht mehr sagen, Bürger, das heißt, ich habe es gerade gemerkt, wo ich es gesagt habe, leib eigener, steht auch auf den kleinen Zeilen, die wir verteilen, die Menschen, ja, man ist sich gewohnt, die Leute, das so zu sagen, man sagt Bürger, man sagt Volk, das ist Gewohnheit, das ist genau, wenn man sich dann mal überlegt, was bedeutet das eigentlich für etwas bürgerlich, dann ist es nicht, genau, ja, ja, aber, ja, steht da übrigens raff, auf diesem tollen Heimatschein, steht da raff, mit Bürgerin von, genau, also, ein Eigengenosse ist eine Bundesobligation, also, ich bürge für die Schulden vom Bund im Kapitalmarkt, also, nein, danke, ich meine, ich habe das Ding, das war, das hat ja meine Mutter, wurde einfach gesagt, geh da registrieren, aber, die wurde ja gar nicht aufgeklärt, was da eigentlich so passiert, ja, und, da habe ich eben angesetzt, also, ich meine, es gibt wirklich viele Themen, oder, was da diese MWO betrifft, oder eben, von, von Campshel, alles mögliche, ich meine, es gibt ganz viel, oder, ja, aber ich versuche immer so, den Fokus auf das ganz Wichtige zu lenken, weil, mit diesen Bonds werden ja eben die Konzerne gestützt, also, wenn, wenn die, die Leute ihr Vermögen irgendwann souverän wieder über ihr Vermögen verfügen können, dann wird ja automatisch vieles gelöst, also, das ist für mich so der Schlüssel, damit, auch, wenn die Leute wieder souverän über ihr Vermögen verfügen, dann gibt es ja dann auch keine Käst mehr, oder sozial, denn diese Geschäftsstellen gehen ja dann alle zu, also, weil, das braucht ja dann niemand mehr, ein Sozialamt, oder irgend sowas, weil alle haben ja, können souverän, wir Vermögen verfügen, dann geht da niemand mehr hin. Ja, ja, und es hängt eben wirklich so viel zusammen, ich habe ja letztes Jahr einen grossen Online-Kongress gemacht, zu diesem persönlichen und globalen Paradigmenwechsel, wo ich einfach denke, wir sind mittendrin, und die Menschen müssen jetzt echt langsam erwachen, und es werden es halt nun mal nicht alle, und das ist halt einfach the way of the universe, oder whatever, ich weiß es auch nicht, aber, und da hängt halt schon sehr viel auch zusammen, wie du gesagt hast, mit dem Fluor, wir werden systematisch mit Nahrung und Wasser vergiftet, wir werden, die Luft ist vergiftet, ja, also, ich wohne direkt am Flughafen, und ich sehe das Schachbrett sehr, sehr oft, und die Bundesrätin hat auch schon gesagt, man müsse jetzt langsam wissen, was da versprüht werde, wie wenn sie es nicht wüssten, oder, das ist ja ein absoluter Witz, aber sie hat wenigstens zugegeben, dass wir besprüht werden, ja, und 5G jetzt, ja, da hatte ich auch einen Experten, da stehen dir die Haare echt zu Berge, wenn du hörst, was das macht mit uns, und es sind so viele Dinge, und das Gute aber dran ist, jetzt kommt alles an die Oberfläche jetzt, ja, also, sie können es nicht mehr, diese, ich nenne die immer so, diese Dunkelmächte, das tönt jetzt zwar so ein bisschen, eh so esoterisch oder so, es ist auch wurscht, aber, sie verlieren an Kraft, sie verlieren extrem an Kraft, weil es kommt jetzt wirklich rauf, es kommt raus, all diese Kindsmisshandlungen, in den Kirchen, in den was weiß ich wo, diese Dinge kommen jetzt alle raus, sie können sich nicht mehr länger verstecken, jetzt geht es einfach wirklich darum, dass jeder Einzelne in seinem Leben da, ja, erwacht und auch den Mut hat, mal was zu sagen, oder was zu tun vor allem, ja, und nicht nur denken, weil jeder denkt so an seine eigene Sicherheit, ui ja, was passiert, wenn ich jetzt plötzlich, weiss doch auch nicht, meine Arbeit verliere, weil ich jetzt, ja, und das ist halt, die Menschen müssen wieder mehr in Gemeinschaft denken. Ja, es geht vieles über diese Angst, oder? total, ja, total. Ich finde es eigentlich beängstigend, ganz ehrlich, nichts zu machen. Ja, ich auch. Also, von dem her, also, und, ich finde auch, also, wir sind ja erwachsen, und wenn wir uns ja nicht schützen vor die Kinder, also, so quasi die Kinder da, überlassen, und so, Hauptsache, mir passiert nichts, Nein, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Nein, nein. Und, ja, ich finde wirklich, gerade wenn es dann um so Pädokriminalität, und so Sachen geht, und so, da finde ich einfach, das ist einfach schlimm, oder, weil das prägt ein Kind für das ganze Leben nachher, und es gibt dann noch ganz schlimmen Formen, oder? Ja, grauenhaft. Das will man gar nicht zu viel wissen, aber das ist ganz schlimm, was da alles im Verborgenen stattfindet, und wenn die Kinder in den Heimen sind, dann sieht man ja als Eltern nicht, was da am Wochenende passiert, was da alles passiert, oder was da alles im Verborgenen, und wenn dann auch die ein einfaches Spiel haben, die Kinder da irgendwo wegzunehmen, ins Heim zu tun, die Kinder werden ja oft dann noch rumgeschoben, und dann weiss man dann teilweise nicht mehr genau, wo die überhaupt sind. Wo sie überhaupt sind, ja, und wie es ihnen geht, und so. Ich kann nur allen sagen, schützt eure Kinder, schützt euer Eigentum, es wird wirklich auch, habe auch Leute kennengelernt, die haben wirklich auch Häuser, Sachen verloren, schützt euch, ja, und informiert die Nachbarn, denkt nicht so, nein, was denkt dann der von mir, aber wenn ihr Informationen habt, der Nachbar braucht das vielleicht irgendwann auch, also das ist dann falsche Scham, holt euch den Schutz, ja, 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 Miteinander baut euch ein Netzwerk auf, eine Notfallliste, also wir haben das gemacht, da hat man, wenn man von jemandem nichts gehört hat, oder irgendwas war komisch, dann sind dann zwei dort hingefahren, haben nachgeguckt, ist alles okay, oder? Okay ist, ja, ja, und das ist wichtig, oder, weil wenn die merken, da guckt gar niemand, dann haben die einfaches Spiel, Leute einfach auch verschwinden zu lassen, oder in die Psychiatrie, oder eben ab einfach, ja, 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 Sarah, also es war super, super spannend, und ich weiss nicht, möchtest du, hast du abschliessend noch etwas, vielleicht so ein, zwei Sätze, was du noch unbedingt mitteilen möchtest? Also ich, es ist mir vorhin noch in den Sinn gekommen, als wir es hatten, einen Bekannten, der hat versucht, da war dann eben auch Polizei, und er hat sich da aufs Naturgesetz, oder so berufen, oder dieses Kommen, oder so, da wurde dann trotzdem, er in die Psychiatrie, also er musste nicht lange bleiben, aber er ist dann trotzdem in der Psychiatrie, oder so gelandet, beruft euch aufs Gesetz, aufs Gottesgesetz, ja, alter Testament, die Tora, das steht über allem, das schützt die Kinder, und die Unschuldigen, und anstatt mit Common Law, irgendwas auf Englisch zu sagen, oder auf irgendwie Naturgesetz, oder so, da beruft ihr euch auf Gottes Gesetz, alter Testament, Tora, und das ist sicher, also, es gibt auch viele eben so Agenten, die so Gruppierungen machen, wo dann so teilweise Wissen vermittelt wird, wo dann eben auch, wo man eben dann auch wieder aufpassen muss, aber, ja, am besten ist sowieso, die Leute gehen selber nachrecherchieren, und testen das aus, ich habe es eben von jemand anderem gelernt, und habe es dann selber getestet, und weil das funktioniert, habe ich es dann eben auch weitergesagt, habe ich dann gesagt, okay, ich habe das jetzt erfolgreich, da und da und da getestet, wenn ihr so ein Kärtchen macht, dann könnt ihr euch schützen, und so, halt immer was zum Filmen dabei haben, und, ja. Ja, das sind sehr, sehr wertvolle Tipps, also, auf jeden Fall, ja, ja, ja. Ja, Sarah, wow, unglaublich. Ja, es ist, aber ich finde es, ich finde es so wichtig, also, ich weiß, weißt du, ich habe auch fast alle meine Freunde verloren, die dann sagen, ja, und es spielt keine Rolle, ja, weil, eben als Beweise für solche, Dinge gibt es genug, ja, man muss nur hinsehen, und vielleicht mal noch ein bisschen mehr, wie nur die Oberfläche kratzen, ja, und das machen halt viele Leute nicht, aus Angst, aus, was weiß ich, sie denken sowieso, sie können nichts ändern, und so weiter, aber, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir, für deine Offenheit, für die vielen guten Tipps, und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, und wenn du magst, schick mir doch die Links noch, damit ich die dann unter dem Video verlinken kann, für die Menschen, die da weitergehen möchten, und sich das anschauen möchten, mehr in die Tiefe oder so, und du, hey, was, wo immer du hingehst, und, und was immer du tust, ich wünsche dir von Herzen, alles, alles Liebe und Gute, ja. Danke, Sonja, das wünsche ich dir auch, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dir so ein, ja, so ein, so ein, so ein, so ein Interview. Ja, so ein, so ein, wie, das ist, meine jungen,